Ich habe mich erkältet. Diese Hexe, sie hat mein Uniform. Snake, sind Sie okay? Es ging mir schon besser. Wie geht's Meryl? Sie haben sie. Verdammt! Snake, die Regierung gibt den Forderungen nicht nach. Sie werden versuchen, mehr Zeit zu gewinnen. Colonel, stellen Sie sich nicht dumm. Es tut mir leid wegen Meryl, aber hören Sie endlich auf zu lügen. Wovor sprechen Sie? Metal Gear sollte einen neu entwickelten Atomsprengkopf abschießen, nicht wahr? Sie wussten es die ganze Zeit. Warum haben Sie nichts gesagt? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Metal Gear, geheime Atomwaffenforschung. Weiß das Weiße Haus davon? Wie weit ist es darin verstrickt? So viel ich weiß, war der Präsident zumindest bis gestern noch nicht über das Projekt Rex informiert. Also nur die, die es wissen müssen? Dies ist eine heikle Zeit. Sogar ungetische Atomtests regnen ein ziemliches Aufsehen. Einfach, was man leugnen kann. Nun ja, morgen unterzeichnen der Präsident und sein russischer Amtskollege das Start-3-Abkommen. Ach so, daher das Ultimatum. Genau, Snake. Deswegen darf dieser Terrorangriff nicht an die Öffentlichkeit dringen. Wir haben weder Start-2 ratifiziert, noch das Problem der Raketenabwehr vor Ort gelöst. Es geht hier um den Ruf des Präsidenten und Amerikas Platz als die größte Supermacht der Welt. Patriotismus als Vorwand, die Verfassung zu umgehen. Bitte, Snake, stoppen Sie sie! Weshalb sollte ich? Sie sind der Einzige, der das kann! Sagen Sie mir die Wahrheit über diesen neuen Atomsprengkopf. Ich sagte es schon, ich kenne keine Einzelheiten. Das glaube ich nicht. Wenn die Situation so ernst ist, deshalb geben Sie nicht nach und geben Ihnen den Körper des Big Boss. Seh, seh! Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Etwas, was Sie mir nicht gesagt haben? Der Präsident hat sich öffentlich gegen Eugenikexperimente ausgesprochen. Wir wollen nicht, dass die Existenz der Genom-Armee bekannt wird. Und das ist der einzige Grund? Ach, zum Teufel! Tut mir leid. Der tote DARPA-Chef liegt hier direkt neben mir. Armer Mann. Merkwürdig. Er sieht aus und riecht, als ob er seit Tagen tot wäre. Er hat kein Blut mehr im Körper. Ein Blut? Zum Verlangsamen der Verwesung? Keine Ahnung. Aber der Chef starb erst vor ein paar Stunden? Ja. Aber er fängt schon an zu verwesen. Wie kommt das zustande? Etwas in seinem Blut, das Sie wollten. Kaum nur die Nanomaschinen und den Transmitter. Hat der Schiff den Sprengcode verraten? Ich fürchte ja. Sieht aus, als hätten Sie beide Codes und sind zum Abschuss bereit. Verdammt! Kann das verhindert werden? Es gibt anscheinend eine Notfallvorrichtung, die im Sprengcode abbrechen kann. Eine von Armstack heimlich installierte Gegenmaßnahme. Die muss mit drei Schlüsseln entsichert werden. Und wo sind die Schlüssel? Ich habe einen, weiß aber nicht, wo die anderen sind. Und außerdem bin ich hier eingesperrt. Dann bleibt uns keine Wahl. Vergessen Sie die Schlüssel. Ihre Priorität muss nun sein, Metal Gear zu zerstören. Tut mir leid, alles auf Sie zu schieben, aber wir haben nur Sie. Rechnen Sie aus und gehen Sie zum Sendeturm. Und? Was? Ich weiß, ich verlange zu viel. Meryl, ja. Ja. Ich rette Sie. Danke. Matagam, alles in Ordnung? Ja, dank meiner Stealth-Tarnung. Ich muss um deine Hilfe bitten. Ich habe das schon erwartet. Was soll ich tun? Ich bin gefangen. In einer Zelle. Welche Zelle? Da ist eine Foltermaschine. Okay, ich weiß schon. Es ist nicht weit weg. Ich komme. Danke. Danke. Ich bin. Danke. 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 Wie spielst du denn da rum? Die Wache ist auch nur ein Mensch. Er muss schlafen und aufs Klo, wie wir alle. Das ist ihre Chance. Wird ein Soldat gefangen genommen, sollte er eigentlich nur vier Informationen preisgeben. Name, Rang, Dienstnummer und Geburtsdatum. Aber Sie sind nicht irgendein Soldat, Snake. Ich will, dass Sie Ihnen nichts sagen. Sie sind zum Glück stark genug, um Widerstand zu leisten. Eine verschlossene Tür heißt nicht, dass es keine Fluchtmöglichkeit gibt. Halten Sie Augen und Ohren offen und nutzen Sie jede Chance. Otakon. Ich bin schon unterwegs. Jede Aufregung vermeiden. Ich bin nicht aufgeregt. Weiß bloß nicht, wie ich die Zeit verbringen soll. Schon klar. Ich komme so schnell ich kann. Was macht's gut denn? Halten Sie die Klappe! Ich bin nicht schön. Halten Sie die Klappe! Was macht's gut denn? Was machst du denn? Halten Sie die Klappe! Was machst du denn? Was machst du denn? Showtime, Snake. Rutzelort, ruf dich. Was machst du denn? Okay, sage es Ihnen noch einmal. Wenn Sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können Sie die Folter überleben. Falls Sie aufgeben möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn Ihre Lebensanzeige null erreicht, ist das Spiel vorbei. Keine Fortsetzung, mein Freund. Ich habe in Afghanistan, Mosambik, Eritrea und in Schad gekämpft. Die afghanischen Guerillas kannten und fürchteten mich als Schalaschaska. Ich trainierte im russischen GRU. Wir sind doch keine KGB-Würmer. Das ist nicht Folter. Das ist Sport. Ihr seid doch trostlose Sadisten. Verwechseln Sie mich nicht mit den Uniformen. Nun denn, wollen wir anfangen. Okay, los geht's. Wie fanden Sie das? Noch einmal? Haben Sie schon genug? Wir sind noch nicht fertig. Gratuliere, Sie leben noch. Nun genug für heute, glaube ich. Wir leben in einer traurigen Zeit. Imperialismus, Diktatur, Perestroika. Russland im 20. Jahrhundert hatte Probleme, aber eine Ideologie. Russland heute hat nichts. Es war ein Kampf zwischen Freiheit und Regime. Und bei diesem Kampf wurde der Geist des Nationalismus wiedergeboren. Der Boss hat einen Freund in der russischen Regierung. Er ist zur Zeit Leiter der Spätznaz. Er will das neue Atomwaffensystem kaufen. Der Heint war nur eine Anzahlung. Du machst es also für Geld? Ich brauche kein Geld. Ich will, dass Russland aufersteht, eine neue, aufrechte Weltordnung zu schaffen. Ich will, dass Russland aufersteht, eine neue, aufrechte Weltordnung zu schaffen. Ich bin schon unterwegs. Jede Aufregung vermeiden. Sind Sie okay, Snake? Ja, es gibt nichts Neues. Snake, kann ich Ihnen helfen? Mein Arm tut weh. Armer Snake. Ich erhöhe den Anteil an Schmerzmitteln in Ihrem Blut. Okay, aber lassen Sie das Bensitrin weg. Das Zeug macht mich nur scharf. Sie scheinen sich nicht so schlecht zu fühlen. Snake, legen Sie den Controller an Ihren Arm. Was? Keine Angst, es fühlt sich gut an. Okay, los geht's. Wie ist das, Snake? Ein bisschen besser? Wie machen Sie das? Ich habe Ihre Muskeln mit dem Antrieb der Nanomaschinen stimuliert. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Naomi, bitte. Reden Sie. Lassen Sie mich den Schmerz vergessen. Was kann ich sagen? Irgendwas. Ich kann das nicht sehr gut. Bitte. Erzählen Sie von sich. Von mir? Das ist schwierig. Familie. Das ist kein glückliches Thema. Ich habe keine Familie. Nein. Es gab einen Mann, der angeblich mein Vater war. Wo ist er? Tod durch meine Hand. Big Boss? Was? Big Boss? Das wusste ich nicht. Das konnten Sie auch nicht. Das geschah vor sechs Jahren in Sansibar. Nur Snake und ich kennen die ganze Wahrheit dessen, was dort geschah. So, ist das wahr? War Big Boss wirklich Ihr Vater? Das hat er gesagt. Mehr weiß ich nicht. Und Sie haben ihn trotzdem getötet? Ja. Wieso? Er wollte es so. Manche Menschen müssen getötet werden. Das ist Vatermord. Ja. Das ist das Trauma, von dem Mantis gesprochen hat. Unser gemeinsames Trauma. Verließen Sie deswegen Foxhound? Sagen wir, ich musste eine Weile allein sein. Und Alaska war der perfekte Ort. Snake. Ich hatte auch keine richtige Familie. Nur einen großen Bruder, der meine Schule bezahlte. Keine Blutsverwandtschaft. Und er war viel älter als ich. Wo ist er? Er ist tot. Tut mir leid. Snake. Gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Wenn man durch so viele Kriege wie ich gekommen ist, fällt es schwer zu vertrauen. Freunde? Roy Campbell. Sie halten mich noch für einen Freund? Und das wär's? Nein. Es gab noch jemanden. Frank Jäger. Hm? Der treueste Leutnant des Big Boss. Und das einzige Foxhound-Mitglied mit dem Codenamen Fox. Grey Fox. Ah. Ich lernte viel von ihm. Aber wolltet ihr euch nicht gegenseitig töten? Ja. Das stimmt. In Sansibar. Es war nichts Persönliches. Wir waren einfach nur Söldner verschiedener Armeen. Und sie nennen sich noch Freunde? Krieg ist kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Das ist Wahnsinn. Ich traf ihn zuerst auf dem Schlachtfeld. Er war ein Gefangener von Outer Heaven. Aber er sah nicht wie ein Gefangener aus. Er war immer cool und präzise. Ich war noch neu. Und er brachte mir die Tricks bei. Kannten Sie ihn gut? Nein. Wir sprachen nie über unser Privatleben. Eine ungeschriebene Regel. Beim nächsten Treffen auf dem Schlachtfeld waren wir Feinde. Wir kämpften ohne Waffen in einem Minenfeld. Das klingt für die meisten merkwürdig. Aber wir übten nur unseren Beruf aus. Es ist wie ein Sport. Männer und ihre Spielchen. Ihr seid wie Tiere. Sie haben Recht. Wir sind Tiere. Wenn Sie Freunde sind, wie erklären Sie sich das Verhalten des Ninjas? Ich weiß nicht. Das sind eure Gene. Ihr seid zur Gewalt prädestiniert. Sie haben es mit Ihrem Gen, nicht? Hören Sie, Naomi. Was führte sie eigentlich zur Genforschung? Ich wusste nie, wer meine Eltern waren oder wie sie aussahen. Ich denke, ich kam zur Genetik, um herauszufinden, weshalb ich so bin, wie ich bin. Sie erforschten die DNA. Ja, ich hoffte anhand meiner Genstruktur herauszufinden, wer ich wirklich bin. Ich hoffte, durch Analysieren der genetischen Informationen Lücken im Gedächtnis füllen zu können. Gedächtnis ist in der DNA gespeichert? Wir sind nicht sicher, aber wir wissen, dass das genetische Schicksal eines Menschen von vier Elementen in der DNA bestimmt wird. Was ist mit meinem Schicksal? Sie kennen doch meine DNA-Folge. Ihr Schicksal? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Sie sind Wissenschaftlerin. Keine Wahrsagerin. Ha. Oh, mein Magen, verdammt. Ich bin schon unterwegs. Jede Aufregung vermeiden. Hey, ich bin hier! Wo? Ich bin's! Vodacard? Wow, die haben sogar Sie geschnappt? Schnell, ich muss hier raus! Loslassen! Das tut weh! Schnell! Ist das eine Art, um einen Gefallen zu bitten? Loslassen! Das ist ja wie ein Tierkäfig. Der gestank. Schau ihn dir an. Hä? Die Gitte-Gitten! Das ist der DARPA-Chef! Wenn du dich nicht beeilst und mich hier rausholst, liege ich bald neben ihm. Diese Schufte! Das Schloss geht mit der Karte nicht auf. Sie brauchen einen Schlüssel, wie die Soldaten ihn haben. Was machst du denn hier? Ich dachte, Sie hätten Hunger. Wenn Sie Essen brauchen, kann ich Ihnen später noch mehr bringen. Und ich habe diese Karte für Sie. Stufe 6. Das lässt Sie aus der Folterkammer. Hier, nehmen Sie das auch. Was ist das? Ein Taschentuch. Ich hab's von Sniper Wolf. Warum? Ich weiß nicht warum, aber sie ist so nett zu mir. Das klingt mir fast wie das Stockholm-Syndrom. Ich kümmerte mich um die Hunde. Als die Terroristen hier übernahmen, wollten sie alle Hunde erschießen. Aber Sniper Wolf stoppte sie. Ich durfte sie sogar füttern, wenn ich gefragt habe. Die Markhunde. Sie ist bestimmt ein guter Mensch. Tun Sie ihr nichts an. Aufwachen, du Idiot. Sie hat auf Meryl geschossen. Na, ich hab mein Möglichstes getan. Sie wollen eine Atomrakete zünden. Ich muss sie stoppen. Dann müssen sie am Sendeturm vorbeikommen können. Erst musst du mich hier aushäumen. Hey, ich versuch mein Bestes. Die Wache hat den Schlüssel. Überwältige sie. Mach mal Pause. Ich bin kein Soldat. Ich kenn das nicht. Du musst. Ja, bring mich um. Oh nein. Er kommt zurück. Bis bald. Warte. Warte. Sagen Sie nichts, was Ihren Folterer ärgern könnte. Wenn er wütend wird, wird es für sie nur schlimmer. Sie müssen ihre Kraft bewahren. Die Wache ist auch nur ein Mensch. Er muss schlafen und aufs Klo wie wir alle. Das ist ihre Chance. Haben Sie den Ketchup schon zum Einsatz gebracht? Den habe ich lange gesucht. Er hat genau die richtige Farbe und Konsistenz. Nutzen Sie ihn mit Verstand. Was ist für sie nur ein Mensch. Was ist für sie nicht? Das war's. Also, die Schwerpunkte hat sich in der zweiten Behandlung gelegt. Der Behandlung ist die Schwerpunkte. Das war doch so. Ich bin glaube, die Schwerpunkte mitgebracht wird. Das war's. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Womit spielt sie denn da rum? Showtime, Snake. Rutzlord, ruf dich. Okay, sage es ihnen noch einmal. Wenn sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können sie die Folter überleben. Falls sie aufgeben möchten, drücken sie die Select-Taste. Wenn ihre Lebensanzeige 0 erreicht, ist das Spiel vorbei. Keine Fortsetzung, mein Freund. Okay, los geht's. Wie fanden sie das? Noch einmal? Haben sie schon genug? Wir sind noch nicht fertig. Gratuliere, sie leben noch. Nun, genug für heute, glaube ich. Sie sind Soldat. Sie sollten das verstehen. Wir zwei können in dieser Welt nicht leben. Wir brauchen Spannung, Konflikt. Die heutige Welt ist zu weichlich. Wir leben in einem Zeitalter, wo wahre Gefühle unterdrückt werden. Wir rütteln sie auf. Wir werden eine Weltordnung voller Spannung schaffen. Eine Welt voller Gier und Argwohn. Tapferkeit. Feigheit. Sie wollen dasselbe wie wir? Hä? Liquid Snake ist einzigartig. Ein unglaublicher Mann. Er ist derjenige, der wirklich all das erreichen kann. Er ist derjenige, der wirklich all das erreichen kann. Womit spielst du denn da rum? Die Wache ist auch nur ein Mensch. Er muss schlafen und aufs Klo, wie wir alle. Das ist Ihre Chance. Haben Sie den Ketchup schon zum Einsatz gebracht? Den habe ich lange... Wenn Sie etwas zu essen bekommen, seien Sie nicht wählerisch, sondern essen Sie. Wir brauchen Kraft, damit Sie fliehen können, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wenn Sie die Gelegenheit bieten, wenn Sie nicht funktionieren, sehen Sie sind nicht die Gelegenheit. Unsereibe gingen kickboxing. Halten Sie die Klappe! Was machst du denn? Womit spielst du denn da rum? Was ist er zur Folge? Er ist weg? Hm, nicht schon wieder. Ja, nicht schon wieder. Ja, nicht schon wieder. Ja, nicht schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020